Ein fortschrittliches Home Energy Management System sorgt für Sicherheit bei Kosten, Transparenz und Zukunftsfähigkeit. So profitieren deine Kundinnen und Kunden von einem HEMS. Unsere aktuellen Simulationen zeigen, mit einem Grid X HEMS können Haushalte über 1.000 Euro pro Jahr sparen, je nach Ausstattung. Zum Beispiel bis zu 340 Euro durch optimierten Eigenverbrauch und Nutzung des eigenen Solarstroms. 200 bis 250 Euro durch Optimierung nach dynamischen Tarifen. Bis zu 430 Euro dank § 14a-konformer Steuerung ganz automatisch. Plus weitere Einsparungen durch cleveres Laden von E-Autos und optimierte Batteriestrategien. Das heißt, mit mehr Geräten und Anwendungsfällen sparen deine Kundinnen und Kunden mehr. Alles passiert im Hintergrund, ganz automatisch. Statt fünf verschiedener Apps brauchen sie nur noch eine. Unser System bündelt alle Funktionen zentral. So behalten deine Kundinnen und Kunden alles im Blick und steuern ihre Energie flexibel an einem Ort. Sie erhalten einen Echtzeitüberblick über sämtliche Energieflüsse, CO2-Einsparungen und Kostenvorteile. Das sorgt für Transparenz, Verständnis und ein gutes Gefühl. Deine Kundinnen und Kunden haben auch freie Wahl bei Geräten und Stromtarifen. Geräte von über 50 Herstellern sind bereits integriert. Sie behalten auch beim Stromtarif die volle Flexibilität, ob beim aktuellen Anbieter oder durch einen Wechsel. Alles wird intelligent vernetzt und automatisch optimiert. Verständlich und nachvollziehbar für deine Kundinnen und Kunden. Das macht sie zu echten Energieprofis in den eigenen vier Wänden. Ein HEMS erfüllt schon heute neue Vorgaben wie § 14a ENWG oder § 9 EEG für netzdienliche Steuerung. Gleichzeitig ermöglicht es Zugang zu mehreren Innovationen wie Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Tarife und Flexibilitätsdienste. Und das Beste? Das HEMS ist offline fähig, 99,95 Prozent der Zeit verfügbar, steuert automatisch in nahezu Echtzeit und bleibt immer aktuell durch drahtlose Updates. Abonniere unseren neuen YouTube-Kanal für Installateure mit Tipps, Einblicken und Praxiswissen rund um HEMS. Oder kontaktiere uns direkt über den Link in den Kommentaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017